Hallo, heute ist mein Jungforscher-Projekt. Für mein Projekt haben wir eine Maschine gebaut, mit der Flaschen und Filament für den Radiedrucker entwandern kann. Hallo, das ist die Maschine. Hallo, das ist das Mainboard mit dem Display, also die ganze Elektronik. Hier, als den Motor, den das Rollhäu unreifen wird, für das Filament, abzurüllen. Hier, sind Plastikstreifen, die schon fertig sind. Und hier, als Nozzle, die das Plastikstreifen hier, auf die richtige Streis schmolzen werden, die dann hier noch hier abgerollt werden. Es ist die Maschine besser lauflos, und die noch schon pure Resultate hat. Und hier, als das fertigste Filament, Wie ihr seht, als ihr da genau hier vorallt, ob einer die Reist geschmolzen wird. Das können wir auch benutzen für den Radiedrucker. Also alle, die dieses Video, die sehen und hören, wird für mich. Man kann es nicht nur auf der Wunsch mit einem neuen Sprachschnitt nehmen. das in der Küche, die in der Küche ist, die in der Küche, die die Reist der Korte, die hier in der Küche, die im Überflachen, die in der Küche, die in der Küche, die im Erzählung und die in der Küche, die in der Küche, die in der Küche ist, Vielen Dank.